Ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Monatsrückblick, zum, ich glaube, 11. auf diesem Kanal, vielleicht sogar 12. Ich glaube, es gab einen zum Dezember 2016 schon. Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall schauen wir zurück auf all das, was ich im Oktober gesehen habe. Und völlig zu Recht werdet ihr euch jetzt fragen, was der ganze Oktober ist doch nicht mal rum. Es ist erst der 29.10., wenn ich das Video denn morgen online stelle. Und das ist eine Sache, die ihr euch völlig zu Recht fragt. Dazu dann erstmal noch eine kleine organisatorische Sache auf meinem Kanal. Warum kommt dieser Monatsrückblick so früh? Denn es war ja auch erst gerade Monatsrückblick, weil der für den September so spät kam. Im November wird es gegen Ende Reviews geben zu allen Star Wars Filmen. Wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, hier dann auch mal die offizielle Ankündigung auf meinem Kanal. Das startet Ende November und dann gibt es jeden zweiten Tag eine Star Wars Review, ähnlich wie bei den Harry Potter Reviews. Bis dann am 14.12., die zu The Last Jedi online geht. Und weil ich da nicht noch zwischen den Star Wars Reviews einen Monatsrückblick raushauen will, schiebe ich den im Oktober jetzt schon nach vorn, weil auch am 1. November die Review zu Tor kommen wird. Und dementsprechend kommt dann der November-Rückblick auch schon irgendwie, ich kann ja mal gerade ganz grob gucken, vielleicht könnte ich euch dann schon drauf einstellen, käme dann so am 25.11. oder so. Vielleicht so den Dreh rum. Und deswegen haben wir dann jetzt wieder den monatlichen Abstand von 29. bis 25. Ist es dann schon eher, als wenn ich bis zum 3. November oder so warte und dann schon wieder am 25.26. raushau. So viel und so viele unnötige Worte zu einer organisatorischen Sache, die wahrscheinlich niemanden interessiert. Dazu nochmal gesagt, wie gesagt, ab Ende November Star Wars Reviews. Ich bin schon in der Vorproduktion und wer dazu vielleicht immer mal das ein oder andere wissen will, der kann gerne auf Twitter vorbeischauen. Da poste ich so Waage-Updates natürlich. Ich will ja auch nicht die ganze Ladung schon vorher raushauen an fertigen Thumbnails und so. So und dann schauen wir dann nochmal ganz kurz auf den November. Wie gesagt, die Review zu Tor, der ja noch im Oktober erscheint. Und das habe ich schon im letzten Monatsrückblick besprochen. Die kommt jetzt als nächstes Video am 1.11. vermutlich mal, wenn alles glatt geht. Was haben wir im November? Am 9.11. startet Mord im Orient Express. Ein Film, auf den ich mich tatsächlich doch schon freue. Allein schon wegen Desbates von Kenneth Branagh, der als Meisterdetektiv ermitteln muss, wer denn den Mord im Orient Express begangen hat. Und ich glaube, dazu wird es eine Review geben. Ich will es jetzt mal nicht heraufbeschwören. Generell wird es wahrscheinlich im November nicht allzu viel von mir geben, weil ich eben in der Star Wars 4 Produktion bin. Mir da, da muss man ja auch noch Rücksicht drauf nehmen, dann parallel dazu, ohne dass das irgendjemand mitbekommt, acht Videos produzieren muss. Und dementsprechend werde ich mich da wahrscheinlich zurückhalten. Es wird noch ein Podcast kommen. Es wird eine Review zu Mord im Orient Express geben. Und dann springen wir zum 16.11. Da wird es so 100% dann eine Review zu Justice League geben, einen Tag später oder so, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Viele werden wahrscheinlich wissen, dass ich, dass die C-Universe doch schon irgendwie von seiner Grundausrichtung und den Charakteren her ein bisschen angenehmer finde als das, was Marvel macht, auch wenn die Filme vielleicht nicht immer ganz oben dabei sind. Ich mochte den Batman V Superman Ultimate Cut. Ich mochte Wonder Woman sehr gerne. Und dementsprechend habe ich jetzt auch keine Scheu zu sagen, dass ich Justice League sehr entgegenfieber wäre jetzt vielleicht das Falsche. Aber ich freue mich drauf. Mal gucken, was das wird. Am 23.11. kommt da noch ein Film raus, auf den ich mich persönlich schon sehr, sehr lange freue. Weil in Amerika kam der, glaube ich, schon irgendwie im August raus. Detroit, das ist der neue Film von Catherine Bigelow, die, glaube ich, die erste Frau war, die einen Oscar für den besten Film bekommen hat 2007 oder 2006 für The Hurt Locker. Und generell mag ich ihre Filme sehr gern. Es ist wahrscheinlich, es kann wahrscheinlich kaum jemand so eine fiebrige Atmosphäre erzeugen in Filmen wie diese Frau. Und deswegen ist das Ding gesetzt. Das gucke ich mir an. Am 30.11. kommt dann noch, ach so, Detroit Review, bin ich mir nicht so sicher. Wäre dann vielleicht eher sowas für den Monatsrückblick auch. Am 30.11. Battle of the Sexes mit Emma Stone. Und ich meine, Michael Keaton? Ich muss lügen. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch keine Seite jetzt offen. Keine Ahnung. Ich gucke mal noch. Also es gibt schon Reviews, glaube ich. Aber ja, ich gucke mal. Also ob ich mir den im Kino angucke, vielleicht. Aber eine Review wird es dazu. Allein schon wegen des Zeitfensters um die Star Wars Reviews nicht geben. Aber ich wollte nur mal sagen, dass der Film rauskommt und ich mir den vielleicht angucke. Aber es soll ja hier auch keine Kinoforscher werden, sondern einfach so, das könntet ihr vielleicht erwarten. Und dementsprechend, das könnt ihr vielleicht erwarten. Und was ihr jetzt erwarten könnt, ist ein Monatsrückblick mit Filmen, die sich gewaschen haben. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen sensationeller, als es sein wird. Ich habe geguckt Star Wars The Clone Wars und habe damit tatsächlich endlich alle Star Wars Filme gesehen. Kann man jetzt auch mal so sagen. Ähm, denn als Netflix angekündigt hat, dass jetzt die Clone Wars Serie wieder verfügbar ist, dachte ich, komm, das ist der, äh, in der Tradition der Heldenreise, das ist mein Ruf zum Abendheuer und da sage ich dann nicht nein. Und dann starte ich jetzt mal mit der Serie und habe dann aber in chronologischer Reihenfolge begonnen. Was bedeutet, die Serie ist nicht chronologisch veröffentlicht worden. Soll mal einer verstehen, ich kapiere es leider nicht. Äh, und der Clone Wars Film spielt halt relativ am Anfang. Deswegen habe ich mir den geguckt. Äh, habe ich mir den angeguckt, Entschuldigung. Und, äh, kann dann jetzt ja vielleicht noch so einen kleinen Round abgeben äh, mit der Serie, was ich bisher geguckt habe. Ich habe noch nicht so viel geguckt, äh, vielleicht so, keine Ahnung, 20 Folgen oder so. So vier, fünf, äh, Story-Arcs, das ja immer so in verschiedene Geschichten unterteilt. Und die Serie mag ich phasenweise richtig, richtig gern. Äh, also es gibt wirklich Folgen, wo ich denke, wie funktioniert es, dass in 20 Minuten mehr Charaktertiefe erzeugt wird, als in über sechs Stunden, äh, Prequel-Filmen. Das ist echt völlig absurd. Ähm, den Film an sich, um jetzt mal noch darauf zu reden, äh, äh, darauf zu sprechen zu kommen, zur Serie werde ich wahrscheinlich noch mal irgendwie gesondert ein paar Worte verlieren. Dann, äh, der Film war, ja, es ist eigentlich schon fast eine Frechheit, das Ding einen Film zu nennen, äh, weil es halt eben irgendwie drei oder vier zusammengeklebte Folgen waren. Und genau so hat es sich auch angefühlt. Es gab irgendwie dreimal einen Klimax und dann dreimal die große Erlösung und so. Und die Geschichten, die erzählt wurden, waren so am Rande des, das ist jetzt schon sehr kindlich. Äh, es war zwar irgendwie spaßig, aber wenn dann Jabba the Huts Onkel kommt, der irgendwie, oder, oder Tante, ich weiß es gar nicht mehr, der dann irgendwie so, wie so eine, ich will gar nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt einfach gar nichts. Ähm, auf jeden Fall, ja, ja, äh, es ist sogar teilweise echt noch besser als die Prequels, äh, weil es eben diese Momente gibt, wo man echt so denkt, okay, das ist jetzt Charaktertiefe. Und, oh, das ist diese Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin, von der, der, äh, der alte Ben Solo in Episode 4 erzählt. Das ist ja, das kenne ich ja gar nicht, das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Und, ja, dementsprechend, ähm, wenn man es im Kontext der Serie guckt, ist es cool, aber ich glaube, ich würde jetzt in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, den Film nochmal freiwillig irgendwie zu gucken, glaube ich. Von daher verlieren wir auch da gar nicht mehr so viele Worte drüber, äh, außer dass ich sagen kann, wie gesagt, die Serie finde ich bisher phasenweise wirklich, wirklich fast schon grandios, aber immer wirklich unterhaltsam und gut. Der Film steht dann, äh, ist dann ein bisschen außen vor. Und dann machen wir weiter mit dem Film, den ich, ähm, wenn ich das richtig sehe, 6. Oktober geschaut hab, meine ich. Jawohl. Goon heißt der Film. Und die Geschichte dahinter ist, dass Markus mir, also von Wir sind Movies früher, vom alten Kanal, mir den mal zu Weihnachten geschenkt hat, weil er ihn irgendwie für 1 Euro im Ramschladen gefunden hat und gesagt hat, ey, guck den, der ist echt cool, der ist echt cool. Und ich hab den schon ewig rumliegen. Ich glaub, man müsste sogar in einem der Wir sind Movies Jahresrückblicke sehen, das müsste vielleicht, wahrscheinlich war es 2015, äh, wie Markus jeweils Max und mir einen Film schenkt. Und Max hat irgendwie voll den coolen Film gekriegt und ich hab Goon gekriegt. Äh, und da sind wir schon so bei ungefähr einer Wertung, denn der Film war jetzt nicht wirklich gut. Äh, es geht irgendwie um Traumabewältigung durch Gewalt oder, oder so diese Gewalt ist keine Lösungssache. und das verpackt in einer, ähm, ja, ja, wie soll ich denn sagen, fast schon Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen. Und das dann wiederum verpackt in einem Gewand einer, äh, eines Sportfilms über Eishockey. So, so ungefähr. Das wär jetzt, glaub ich, das, womit man die Geschichte am besten zusammenfassen kann. Was noch so ein großes, äh, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Keine Ahnung, äh, Take-Away, sag ich jetzt einfach mal, ist, ist, dass, äh, Sean William Scott, Steve Stifler, so wird ihn jeder kennen, echt ein, wirklich, guter Schauspieler ist, der, äh, leider Gottes zu sehr auf diese eine Rolle, äh, reduziert wird und auch auf diesen einen, äh, Stereotyp, den er da spielt, wenn ich da vor allem noch an, hier, Welcome to the Jungle mit, äh, Dwayne Johnson denke. Und, ja, alles in allem, äh, gibt's, ist die Geschichte zum Film witziger als der Film an sich, weil ich dann nach dem Film Markus geschrieben hab, so, ey, guck mal, ich hab endlich einen Film geguckt, den du mir, äh, geschenkt und empfohlen hast, aber ich weiß gar nicht, was du jetzt meintest mit, ey, das ist voll der Geheimtipp und den musst du dir unbedingt mal angucken, ähm, weil so gut fand ich ihn nicht und Markus meint dann, ja, nö, ich hab den Film noch nie gesehen und dann so, ja, danke für nix, Markus, auch an dieser Stelle, danke für nix, Markus. Ähm, er wird das wahrscheinlich je nicht hören, aber ich werd's ihm dann vielleicht nochmal gesondert in der Sprachnotiz schicken. Machen wir weiter. Ed Wood hab ich geguckt, ein Film, der mir schon Ewigkeiten, äh, im Kopf rumgeistert, äh, mit der Notiz vermerkt, guck den doch unbedingt mal, äh, dann ist es was, was mich tatsächlich so interessiert. Ich bin ja immer ein Fan von Meta-Werken, also, wenn, wenn Filme, Filme über Filme machen, wenn das jetzt verständlich war, und da kommen wir später noch dazu, sogar noch positiver als jetzt, weil ich schon mal sagen kann, Ed Wood hat echt Spaß gemacht. Martin Landau, ich sprech's jetzt einfach mal völlig deutsch aus, äh, der leider vor kurzem von uns gegangen ist und den ich, glaube ich, nicht oft in Filmen gesehen hab und vor allem aus ein paar Folgen Entourage, äh, der Serie, in Erinnerung hab, wo er so einen, äh, zerstreuten, ach, Studioboss oder irgend sowas oder Filmfinanzier spielt, äh, spielt hier echt grandios als Bela Lugosi und ich hab irgendwie so ne verquarzte, romantische Verbindung mit Bela Lugosi, weil meine absolute Lieblingsband, die Ärzte, der Trummer nennt sich Bela B wegen Bela Lugosi und für mich ist der einzige Bela eigentlich immer Bela B. Ich hab keine Ahnung, warum ich diese Geschichte erzähle, ich wollte nur sagen, dass ich da so ne, so ne quasi Verbindung, Querverbindung, äh, dazu hab und, äh, die Geschichte von Ed Wood, ich hab wirklich keine Ahnung, warum ich es grad erzählt hab. Ey, komisch, ich mach jetzt einfach weiter. Ed Wood ist halt dieser, äh, ja, wahrscheinlich sei Tommy Wiseau nicht mehr schlechteste in aller Zeiten, äh, aber es ist letztlich ne Geschichte, die eigentlich nur sagt, wenn du etwas liebst, dann mach's. Ähm, das ist hart romantisiert, was irgendwie aber auch wieder metamäßig dazu, und das ist das, was ich meine, metamäßig zur Traumfabrik Hollywood, ähm, passt. Und ich mochte den Film, ich mochte den Film gerne, auch wenn ich fand, dass er teilweise zu schwerfällig erzählt war, wo ich dann auch vielleicht so kurz einen Einschub, äh, bringen kann und sag, dass es ein Tim Burton Film ist, und Tim Burton jetzt nicht zwangsläufig so der Regisseur ist, von dem ich mir immer gerne Filme anschaue, also ich erinnere gern an den letzten, äh, wie hieß denn der nochmal? Oh, Boah, die Insel der besonderen Kinder hieß der, glaube ich, ne, war letztes Jahr im Kino, war er auch überhaupt nicht mein Fall. Ich bin auch jetzt nicht der Riesenfan seiner Batman-Filme, und generell diese berühmte Tim Burton-Ästhetik, äh, ist jetzt alles nicht mein Ding, und dazu kommt auch noch, dass ich jetzt zu keinem seiner Filme eine wirklich großartige Verbindung habe. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, was der so wirklich mega Bedeutendes gemacht hat, aber ich glaube, Ed Wood ist schon einer seiner bedeutendsten Filme, ne? Dementsprechend kann ich auch gern sagen, dass er mir dann wirklich auch gut gefallen hat, und, äh, Tim Burton natürlich auch irgendwie immer jemand ist, wo man mal ein Auge drauf werfen kann. Wir springen in der Filmmistorie ein gutes Stück zurück, und ich hab mich mal wieder, ähm, ich hab mich mal wieder, äh, ich bin mal wieder, ich ändere den Satzanfang, ich bin mal wieder tief in die Filmgeschichte eingetaucht, nämlich ein Film, den ich tatsächlich seit, äh, La La Land sehen will, weil er da eben heftig, äh, referenziert wird, Rebel Without a Cause, äh, zu Deutsch, oh, Mist, ey, wie heißt denn der auf Deutsch? Ah, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, oder und, sie wissen nicht, was sie tun, auf jeden Fall ist es mit, äh, James Dean und so, der ultimative Generationsfilm der, äh, ja, der, der 50er Jahre, würde ich jetzt mal sagen, der Coming-of-Age-Film schlechthin, zumindest ist das, was ich so aufgeschnappt hab, in der, äh, Trivia, als ich den Film geguckt hab und dann mir immer noch so ein bisschen, äh, mich durch andere Reviews und, und Wikipedia und IMDb gelesen hab und es ist ein toller Film, es ist ein wirklich, wirklich toller Film, der, äh, skurrilerweise, wo ich jetzt gerade über Goon geredet hab, auch so in eine ähnliche Richtung geht mit, äh, so Trauma-Bewältigung und, äh, Coming-of-Age-Elemente und dazu noch, ähm, diese, diese rohe Gewalt irgendwie oder diese, so, mir fällt das gerade ganz schwer zu, zu, zu formulieren, diese, ja, diese ungezähnte Lebensenergie, die in jemandem steckt, wenn man noch so jung ist und das irgendwie rauslassen muss und man nicht weiß, wo man seine Energie entladen soll, so, ich fand, so, so hat sich der Film irgendwie angefühlt und, ähm, der Megastar James Dean ist, äh, natürlich dabei und dann gibt's auch noch eine Liebesgeschichte und es geht letztlich irgendwie dann darum so, ja, löst dich von allem, was, was, was dich irgendwie hindert oder sowas und auch wenn das sehr klischeebeladen klingt und vielleicht auch in der Zeit, in der er spielt und in der er gemacht wurde, durchaus seine Berechtigung hat, finde ich, ist es schon, äh, würde ich sagen, ein zeitloses Ding an sich, ähm, dazu sind die Themen und die, die Machart des Films natürlich irgendwie datiert, aber ich mochte den Film. Ich mochte den Film sehr gerne und ich würde auch tatsächlich sagen, ähm, so vom Gefühl her ist das ein Film, den man mal sehen sollte. Ähm, ich bin nie ein Fan davon zu sagen, den muss man, also man muss die Filme gesehen haben, ihr müsst erst, ich habe letztens einen Spruch gehört, ähm, wo war denn das? Ich will den Credit geben, Moment, das fällt mir wieder ein, klar, äh, ich bin im Moment, ey, das, das wird hier ein bisschen der Trash-Talk Monatsrückblick, entschuldige das schon mal, aber ich nehme jetzt, ich hole jetzt kurz aus, ähm, ich bin im Moment so ein bisschen im Florentin-Will-Hype, falls den niemand kennt, das ist ein, äh, ein, ich sage mal, ein Comedy-Schauspieler, deutscher Comedy-Schauspieler, der viel bei Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royale dabei ist, jetzt auf einem eigenen YouTube-Kanal hat und eben auch einen eigenen Podcast hat und da habe ich schon mal reingehört und da geht es auch immer mal wieder um Film und der hat da was gesagt, obwohl es zum großen Teil Comedy ist, aber der hat wirklich was Inspirierendes gesagt, ich komme mir so lächerlich vor, und zwar hat er gesagt, äh, auch zu der Thematik, ähm, wie man, oder, dass man ja auch mal Filme gucken muss, die einen was lehren oder so, wo man einen Einblick in die Filmgeschichte kriegt und er hat gesagt, ähm, ich glaube, man sollte immer nur die Filme gucken, die man wirklich gucken will, weil sobald man sich dazu zwingt, Filme zu gucken, die man nicht gucken will, dann wird die Leidenschaft zum Zwang und das fand ich ein richtig gutes Zitat, also das ist jetzt nicht eins zu eins, aber genau das ist, ist meine Einstellung dazu, nur ich wusste bis dahin noch nicht, dass die schon mal ausformuliert wurde und ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss und genau das ist, glaube ich, das Ding, ähm, ich sag ganz klar, äh, Rebel Without a Cause, kann man sich wirklich angucken, das ist so ein Film, äh, der eben eine gewisse Zeitlosigkeit beherbergt, aber ich würde nie sagen, ihr müsst den gucken, wenn ihr jetzt durch das, was ich gesagt habe, Lust bekommen habt, den zu gucken, dann tut euch keinen Zwang an, aber fühlt euch nicht genötigt, nur weil ich darüber rede, äh, diesen Film, äh, dann jetzt gucken zu müssen, das war jetzt schön, oder? Da kann man eine kurze Schweigeminute einlegen, ähm, dann kommen wir zu zwei Filmen, die ich schon quasi besprochen habe, aber ich wollte auch noch mal was dazu sagen, Romeo und Julia und Herbstsonate, da an dieser Stelle dann den Verweis auf mein letztes Video und auf mein neues Format fernsteuern, indem ich, ähm, Filme, die ihr als Abonnenten mir empfohlen habt, gucke und dann anhand eurer Reviews bespreche, äh, und beide Filme waren toll, wie gesagt, ich habe, äh, zu großen Teilen schon darüber gesprochen, und es bleibt mir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil ich quasi dazu ja keine Review so an sich gemacht habe, sondern einfach nur in dem Kontext dieser Kritiken drüber gesprochen habe, auch hier, wenn man irgendwie, äh, was Neues wagen will, äh, und so einen Anschlusspunkt in der Filmgeschichte sucht, oder in der, in der, ja, vielleicht etwas außerhalb liegenden Filmgeschichte, Ingmar Bergmann, ein europäischer, skandinavischer Regisseur, von dem ich auch noch nie was gesehen habe, äh, würde ich jetzt tendenziell, auch wenn das der einzige Film ist, den ich von ihm gesehen habe, äh, würde ich sagen, ist Herbstsonade jetzt nicht der prädestinierte Einstiegspunkt, vielleicht, also vermutlich hat er auch zugänglichere Filme gemacht, aber, wie gesagt, ich wollte die zwei Sachen nur mal erwähnen, denn jetzt müssen wir so ein bisschen uns darauf vorbereiten, dass es zum Tiefpunkt des heutigen Abends, äh, des heutigen Abends, des heutigen Podcasts kommt, es ist nicht mal Abend, wenn ich das hier aufnehme, was rede ich da, äh, aber nur, damit es, zum Ende hin auch wieder weiter nach oben geht, ich habe Baywatch geguckt, und, fragt mich, warum ich Baywatch geguckt habe, ich werde euch keine Antwort geben, ich hab's halt einfach geguckt, also jetzt nicht die Serie, sondern den, äh, Film aus diesem Jahr, der ist dieses Jahr noch ins Kino gekommen, und, oh, holy, äh, das war Müll, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, ähm, warum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu respektlos an sich, äh, und dafür entschuldige ich mich dann direkt auch bei wem auch immer, ähm, ähm, aber ich finde, was mich der Film einmal mehr gelehrt hat, ist, dass solche Filme wie The Lego Movie und 22 Jump Street und 21 Jump Street, äh, keine Eintagsfliegen sind, oder man solche Filme mal nicht eben macht, und es hat mich nur noch viel mehr schätzen lassen, äh, was für großartige Schreiberlinge und Regisseure Phil Lord und Chris Miller sind an dieser Stelle, äh, ich hab die schon so oft erwähnt bei mir auf dem Kanal, äh, weil ich einfach finde, und ich bin auch nach wie vor sehr traurig, dass sie bei Han Solo raus sind, weil ich einfach finde, dass sie einer der talentiertesten Leute in Hollywood derzeit sind, und warum erzähle ich das alles? Baywatch war mal eine TV-Serie, genau wie, äh, 21 Jump Street mal eine TV-Serie war, und dieser Film fühlte sich für mich an, wie, dass bei Sony irgendwelche Leute gesehen haben, oh, es funktioniert, dass 21 Jump Street, äh, quasi so ein Metawerk war, und wir machen das jetzt auch mit Baywatch, und bei allem Respekt saßen da dann aber eben nicht Phil Lord und Chris Miller dran, und diese, dieser Film ist so absurd, wirklich, also er verliert sich erstmalig, genau, nicht erstmalig, sondern vorerst, reden wir nur da drüber, verliert er sich total in selbstreferenzieller Kacke, ähm, die Null funktioniert in meinen Augen, selbst wenn dann David Hasselhoff dabei ist, ist selbst diese Situation so abstrus, äh, und passt überhaupt nicht zum Rest vom Film, dass ich denke so, habt ihr mal das Drehbuch gelesen? äh, dazu ist der Film überhaupt nicht konsequent, mit seinen Charakteren, ähm, es gibt, ah, wie heißen die Schauspieler, also es gibt, äh, die, die jetzt, äh, die, den Charakter von Pamela Anderson verkörpert, das war, das war nix, also es war, ich hab sowas glaube ich noch nie in meinem Leben gesehen, das war nicht mal ein Charakter, so, die hat sich immer irgendwie anders verhalten, du hattest jetzt nie ein Gefühl dafür, okay, wenn jetzt das passiert, dann wird der Charakter das machen, sondern einmal war sie so streetsmart, also dass sie irgendwie so, so eine Straßenschleue, heißt glaube ich in Deutsch, an den Tag legte, wo sie dann irgendwie alles konnte und dann war sie auf einmal die dumme Blondine und beim nächsten Mal, also es war immer so, was gerade die Situation gebraucht hat, sie war einfach nur ein Comedy-Vehikel und das funktioniert vielleicht bei, äh, irgendwie bei Samstag, äh, Saturday Night Live-Sketchen, ja, aber nicht in einem Film und dazu für mich noch das größte Problem des Films war, dass der interessanteste Charakter nicht der Hauptcharakter des Films war und dann teilweise irgendwie auch mal 20 Minuten gar nicht im Film war und zwar war das dieser, äh, ja, ich sag mal, etwas übergewichtige, äh, äh, Charakter, das nahm ich natürlich jetzt nicht mehr bei, sondern die Hauptcharaktere waren irgendwie fast schon eher Zac Efron und, aber auch, auch er nicht so, eigentlich hat der Film nicht mal wirklich einen Hauptcharakter, sondern eher die Gruppe an sich ist der Hauptcharakter, aber dafür hat jeder Charakter an sich so seine eigene Geschichte und das funktioniert null, das funktioniert wirklich überhaupt nicht, äh, ab und zu ist er dann doch ganz witzig, es gibt eine Szene, ey, das muss ich erwähnen, ich rede fast nie über, äh, computergenerierte Effekte oder, oder generell irgendwie die, die Animations oder so in einem Film, weil ich halt irgendwie immer der Meinung bin, das ist so eine schwierige Arbeit und so und auch mittlerweile bin ich bei, bei Rogue One zum Beispiel, ach nee, nee, da rede ich dann in der Review drüber, ist egal jetzt, äh, aber da gab es eine Szene, wo ein Schiff brennt und das sah aus, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen, ey, solche Effekte hab ich noch nicht gesehen, das sah aus, als würde man bei YouTube, ähm, hier, äh, Waldbrand-Sample eingeben und dann so ein Greenscreen-Brand, äh, finden, den lädt man sich dann irgendwie in, in 480p runter und fügt den einfach mal ins Bild ein, wirklich, so sah das aus, das ist kein Gag, hau, Mann, ja, ey, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich über den Film zu sagen hab, Baywatch, äh, auch hier nochmal, äh, zum Schluss die Frage gestellt, warum guck ich mir diesen Film an? Ich hab keine Ahnung. Machen wir weiter, äh, mit B geht's weiter. Wir waren bei Baywatch, jetzt sind wir bei Bodyguard. Und auch hier wieder völlig zu Recht die Frage, Marius, warum guckst du dir ne, ne, ein Liebesdrama, ein schnulziges Liebesdrama aus den, äh, 90ern an? Und die Antwort ist relativ einfach, ähm, ich hab mich mal wieder mit einem meiner liebsten Drehbuchschreiberlinge auseinandergesetzt, Lawrence Keston, der sowohl Empire Strikes Back als auch, ähm, den ersten Indiana Jones geschrieben hat, und hab da mal gelesen, hab gedacht, was hat er noch so geschrieben? Und er hat The Bodyguard geschrieben. Warum auch immer. Und da dachte ich so, ey, ja komm, guck ihn dir mal an. Und er war jetzt, na, nicht so, nicht so gut. Aber man, man kann ihn gucken, also es geht irgendwie um Whitney Houston, die quasi eine fiktionalisierte Version ihrer selbst spielt, und Kevin Kostner, der beste Bodyguard der Welt, der sich vor irgendwas beschützt und so, und dann verlieben sie sich halt ineinander. Und dann ist es ganz tragisch und so, und das Drehbuch macht dann ein paar Sprünge, und der Film ist jetzt auch nicht sonderlich smart, würde ich einfach mal sagen. Äh, und wenn wir jetzt schon bei, bei Lawrence Keston waren, kann ich dann dazu auch sagen, so, übergreifend macht das schon alles Sinn, also so dieses, dieses Staging, also wie der Film im Großen und Ganzen geplottet ist, was wann passiert, und wo die Geschichte hingeht, zu welchem Zeitpunkt, das ist schon gut, würde ich sagen, aber im Detail, so, also wenn es jetzt um Dialoge geht, oder Motivation der Figuren, oder wie passieren einzelne Sachen, ja, da verzettelt sich der Film unheimlich. Und das sind halt dann auch wirklich genau die Stellen, wo es kränkelt, und wo ich dann auch sage, so, nee, war jetzt nicht so gut, war dann halt auch einfach nicht so gut, und, ja, Leute, was soll ich noch kurz über The Bodyguard sagen, es wird jetzt auch keine Leute geben, die denken, oh, endlich redet er über The Bodyguard, deswegen spare ich mir diese Sachen, sag, kann man mal gucken, ähm, aber, nee, äh, falls ihr mal vorhattet, den unbedingt zu gucken, tut es, und wenn ihr einfach nur denkt, ich suche irgendeinen Romantic Drama, dann guckt was anderes. und dann komme ich jetzt, es geht wieder weiter nach oben, nach dem Baywatch-Tief von vor 5 bis 10 Minuten, The Brothers Bloom, oder im Deutschen heißt er, glaube ich, nur Brothers Bloom, habe ich geguckt, was ist das, warum habe ich das geguckt, erst mal natürlich die großen Fragen, warum, das lässt sich eigentlich beides mit derselben Antwort, äh, äh, beantworten, ähm, es ist ein Film von Rian Johnson, äh, den hat er 2008 gemacht, und Rian Johnson ist der Regisseur von Star Wars Episode 8, und im letzten Monatsrückblick habe ich Looper besprochen, seinen letzten Film, und war da relativ harsch, äh, in der Bewertung, und auch im Vorausblick zu Episode 8, und habe gesagt, ich werde mir wahrscheinlich mal noch Brick angucken, seinen 2005er Film, und ich weiß nicht mehr genau wie und was ich da gesagt habe, aber vielleicht habe ich da auch erwähnt, und Brothers Bloom gibt es ja auch noch, und den hatte ich bisher noch nicht gesehen, Brick habe ich schon mal gesehen, den würde ich jetzt vielleicht auch noch mal gucken, aber ich habe dann gedacht, komm, jetzt guck dir erstmal den Film, an den du eben noch nicht gesehen hast, und, der Film war richtig gut, der Film war richtig, richtig gut, und das hat mich so überrascht, und an der Stelle muss ich echt mal sagen, also, ich weiß nicht, äh, dass jetzt mal hier an die Star Wars Fans, ich weiß nicht, wo ihr quasi in Foren, oder auf YouTube Kanälen, oder was weiß ich wo unterwegs seid, aber überall, wo ich unterwegs bin, auf überwiegend englischen, äh, Kanälen, und Foren, und so, ist der Tenor, Oh, wow, Ryan Johnson ist so ein Querdenker, und der weiß, wie man, äh, unkonventionelle Geschichten erzählt, und als Mega-Beispiele, werden immer angeführt, Looper, ist der crazy Zeitreisefilm, mit super Ideen, und als zweites Beispiel, immer, Brick, ist der Film, der hier zwei Genres, und zwar das, des, äh, Coming-of-Age-College-Dramas, und des Film-Noirs, miteinander verbindet, und das voll genial macht, und ich habe beide Filme gesehen, und bei beiden, muss ich leider, in einigen Teilen widersprechen, was ich allerdings nie gehört habe, ist, und da kommen wir jetzt, zu meiner Einschätzung, Brothers Bloom, ist der abgefuckte Metafilm, in dem es die ganze Zeit drum geht, wie Filme gemacht werden, was Fiction und was real ist, und dabei erzählt er, ne, einen Heist-Film, der irgendwas ist, zwischen Comedy, Wes Anderson, und Ocean's Eleven, und ich habe absolut keine Ahnung, warum das kein Mensch sagt, und, um mich direkt, selber nochmal zu unterlaufen, wäre meine Theorie, oder, vielleicht habe ich doch Ahnung, niemand versteht diesen Film, also, ich habe noch nie, von irgendjemandem gehört, ey, Brothers Bloom ist voll der Metafilm, ich habe das noch nie gehört, und damit will ich da noch, jetzt mal ganz grob erklären, worum es überhaupt, in dem Film geht, ich habe es schon gesagt, die Brothers Bloom, gespielt von Mark Ruffalo, und Adrian Brody, sind so zwei, ja, ich will jetzt, nichts Falsches sagen, aber so zwei Trickbetrüger irgendwie, und es geht immer darum, dass Mark Ruffalo, der ist der im Hintergrund, die Sachen plottet, und Adrian Brody, der ist der, das ausführt, und ihr merkt schon, wo es hingeht, also, wenn ihr jetzt kurz mitgedacht habt, Mark Ruffalo ist der Regisseur, und Adrian Brody, ist der Schauspieler, und der Film ist sich, das ist jetzt nicht nur von mir gesagt, sondern der Film ist sich dessen, völlig bewusst, zu 100%, und es gibt dann wirklich Momente in diesem Film, wo metamäßig nur drüber geredet wird, ja, Moment, ist das jetzt eigentlich logisch im Sinne des Films, Moment, macht das jetzt eigentlich überhaupt Sinn, ja, aber wenn du dich gerade so verhältst, und du hast doch mir gesagt, das so und so, und das ist so hilarious, und es ist so gut, und es ist wirklich pointiert, und dazu gibt es noch Rachel Weisz, eine bekannte Schauspielerin, vielleicht kennt ihr sie, macht auch mit, und die ist so ein bisschen die Love Interest, und die ist so ein bisschen, die Stimmung ihres Charakters ist so, ständig etwas auf Droge, würde ich einfach mal sagen, so chillig high, so kommt die rüber, und das ist so der Meta-Charakter, der zu jeder, also nicht zu jeder Zeit, aber zu vielen Momenten, einfach durchblickt, also den Film an sich durchblickt, und auf diesen Meta-Moment hinweist, und dann sagt, ja, Moment, es ist doch eigentlich völlig egal, es ist doch ihr alles nur Fake, und das ist so großartig, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll, ich würde sagen, dass sich der Film teilweise, dadurch, dass so viele Plottwists zustande kommen, und dieses, ist das jetzt echt, oder ist das Fiction, dass er sich dadurch zu oft, ein bisschen zu über, also zu sehr übernimmt, aber, es macht so Spaß, und dadurch, dass der Film quasi diese Entschuldigung, in sich selbst hat, dass er sagt, ja, nee, es ist ja eh alles nur Fiction, und das, was du jetzt siehst, ist ein Film, aber in dem Film ist noch ein Film, und du weißt gar nicht mehr, was in dem Film noch echt ist, und was kann das Videofilm eigentlich, und diese Fragen stellt er so charmant, und dadurch kann der in seinem Plot, einfach viel entschuldigen, und das macht so Spaß, deswegen, hier meine ganz klare Empfehlung, vielmal will ich jetzt gar nicht über den Film sagen, aber mit dieser, in Anführungsstrichen, Anleitung, schaut euch den einfach mal an, wenn ihr Episode 8 nicht erwarten könnt, wenn ihr noch wissen wollt, was Rian Johnson so macht, und kann, wie er, und ob er Humor schreiben kann, dann guckt euch das Ding an, das ist nämlich so sonderbar, und anders, und jetzt rede ich plötzlich auch so, dass man das auf jeden Fall mal machen kann, und das ist ein Film, den wirklich kein Mensch kennt, der hat auf Amazon irgendwie eine Bewertung, zwei Sterne, was ich nicht kapiert habe, ich habe ihm jetzt 8 von 10 Punkten, also 4 von 5, 8 von 10 Punkten gegeben, und bin echt sehr begeistert, und ich bin jetzt wirklich am überlegen, um da nochmal die Brücke zu schlagen, Prick, ob ich Prick nochmal gucken soll, weil, wie gesagt, er hat mir nicht so gut gefallen, und jetzt bin ich im Moment so, Episode 8, denke ich, ey, geil, noch eineinhalb Monate, ich habe voll Bock, und so, Brothers Bloom war geil, und wenn ich jetzt Prick nochmal gucke, habe ich dann Angst, dass ich dann doch wieder so, in alte Muster verfalle, ey, ich bin wie so ein Roboter, Entschuldigung, so, das war es mit Brothers Bloom, und jetzt kommen wir zum Monatsende dann, noch zu einer Serie, ich meine, ihr werdet es eh schon die ganze Zeit gelesen haben, Stranger Things Staffel 2 kam, jetzt wo ich das aufnehme, gestern raus, am 27. und ich dachte mir so, ach komm, guckst du mal die ersten 2, 3 Folgen, und dann kannst du im Monatsrückblick schon mal so ein bisschen drüber reden, ist jetzt brandaktuell, so, und, was soll ich sagen, ich habe die ganze Serie durchgeguckt, ja, das war die, Schweigeminute des Schames, Schamesminute, sozusagen, und, vielleicht sage ich erstmal noch was zur ersten Staffel, oder, ne, ist egal, weil, was ich sage, ist, ich mochte die erste Staffel, ich finde, das ist, so, die, die perfekte Serie, kein Punkt, die perfekte Serie, die eigentlich, der Kompromiss für alle ist, es ist gruselig, aber es ist, nicht zu gruselig, es ist ein bisschen Love Story, aber es ist nicht abschreckend, für Leute, die Love Stories nicht mögen, es ist so ein bisschen was, für die jüngere Zielgruppe, aber, es sind nicht nur die Kinder dabei, es sind auch Erwachsene dabei, und, wie gesagt, ich finde, das ist der perfekte Kompromiss, und natürlich, bei, bei dem Wort Kompromiss, muss man natürlich, ey, das ist gerade eine Anspielung auf die Serie, wer es schon gesehen hat, genial von mir, bei dem Kompromiss muss man natürlich, dann einfach drauf, drauf eingehen, so, ja, wo ein Kompromiss ist, gibt es auch immer Eingeständnisse, und das ist eben das große Ding an Stranger Things, finde ich, das ist, kreativ irgendwie, aber, die Eingeständnisse sind dann doch, ganz oft narrativer Natur, und auch kreativer Natur, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es dann doch oft, sehr konventionell, ist, und, weil Charaktere dann doch eben, auch sehr konventionell behandelt werden, und Storylines, oft nur sehr schleppend vorangehen, und, das war so die erste Staffel, die mir aber trotzdem, sehr gut gefallen hat, wirklich, weil es eben, das Ding ist, das muss man sich, glaube ich, auch einfach bewusst machen, diese Serie ist gemacht, dafür, dass man sie, durchgucken kann, die Serie soll keinem wehtun, die soll keine große Offenbarung sein, und man soll sie vor allem zu nix machen, dass sie nicht ist, das soll kein absolutes Genre-Meisterwerk sein, oder so, es ist einfach eine Fun-Sendung, die Elemente aus vielen verschiedenen Genres, und Filmen und Epochen zusammenmanscht, und daraus einfach was Neues entstehen lässt, so, und mit der Attitüde geht man dann in die zweite Staffel von Stranger Things, und merkt dann relativ schnell, okay, das ist wieder genau dasselbe, und das meine ich jetzt gar nicht böse, weil ich bin auch, ich bringe das immer wieder, ich bin auch ein Verfechter davon, der sagt, ich finde es legitim, wenn Star Wars Episode 7, fast 40 Jahre nachdem Episode 4 rausgekommen ist, eine ähnliche Geschichte erneut erzählt, und genauso finde ich es auch nicht tragisch, wenn Stranger Things, die sich jetzt in der ersten Staffel eine schöne Dramaturgie insgesamt überlegt haben, sagen, okay, wir haben diese Dramaturgie, und wir stülpen jetzt eine neue Geschichte da quasi drüber, wie so ein Bettbezug irgendwie, und das funktioniert, und genau das ist so die größte, die größte Offenbarung dieser ganzen Sache, es funktioniert immer noch, aber es funktioniert nicht mehr so gut, wie in der ersten Staffel, was vor allem daran liegt, dass es noch mehr Charaktere sind, dass es noch mehr Geschichte ist, und auf der anderen Seite, man so nach sechs Episoden merkt, okay, die wissen jetzt nicht mehr, was sie erzählen sollen, und dann gibt es zwei Episoden, ich meine, es ist Episode 6 und 7, meine ich, wo dann jeweils die Storylines gesplittet werden, also es gibt die ganze Zeit über, ich spoil euch jetzt überhaupt nichts, ihr müsst überhaupt keine Angst haben, es gibt die ganze Zeit über eine Storyline von Eleven, von Millie Bobby Brown gespielt, und von den Kindern quasi, das ist die ganze Zeit separiert, und das hat für mich überhaupt nicht, also das hat für mich auch am wenigsten an der ganzen Serie funktioniert, dass man die nicht einfach zusammenfügt, so die coolsten Momente in der ersten Staffel waren, wenn die alle zusammen waren, wenn die irgendwas lösen mussten, und so, und hier ist es eher so, ja nee, jeder hat jetzt irgendwie seine eigene Geschichte, und trotzdem verzetteln wir uns mega, und dann gibt es eben so, ich glaube, das ist Folge 6 und 7, wo auf einmal nur noch die Geschichte von den Kindern erzählt wird, und dann Episode 7, ist wie in Episode 7, ja klar, also Folge 7 von Staffel 2, ist quasi, wirkte auf mich wie eine Spin-off Serie, zu Stranger Things mit Eleven, aber das hat null funktioniert, also es hat wirklich null, also, ja gut, okay, es hat 1 funktioniert, ähm, das mochte ich überhaupt nicht, und da, da hat es für mich auch verloren, dann am Schluss war es halt wieder, cool, so, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das steht und fällt auch mit dieser Sache, was ich gerade schon gesagt habe, es bringt keinem was, wenn man jetzt aus der Serie irgendwas macht, was sie nicht ist, es ist eine reine Entertainment-Serie, und als das kann ich sie extrem wertschätzen, und allein schon die Tatsache, dass ich jetzt euch auch erzähle, ich habe sie an einem Abend durchgeschaut, ich meine, das spricht ja für sich so, mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil dadurch Serien nicht wirken können, weil es ist ja doch als einzelne Folge konzipiert, und als solche sollte es auch wahrgenommen werden, ich persönlich könnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, äh, welche Ereignisse in welchen Folgen passiert sind, und das ist schade, ähm, trotzdem ist eigentlich wirklich das größte Kompliment, das ich dieser Staffel machen kann, ist, ich habe sie an einem Stück durchgeguckt, also jetzt auch nicht an einem Stück, ich hatte ein paar Pausen dazwischen, und ich habe mich nicht gelangweilt, und ich glaube, das sollte für alle, die Fans der Serie sind, das Wichtigste sein, und ich glaube, genau deswegen ist sie jetzt auch im Mainstream so angekommen, das ist keine anstrengende Serie, da gibt es keine krassen Subtexte, da gibt es keine übertriebenen Meta-Ebenen, es ist halt eben genau das, was es ist, genau wie mein Monatsrückblick, und damit sind wir am Ende, wenn das nicht genial war, Leute, wenn das nicht genial war, wir sind bei, ziemlich genau 40 Minuten, es klingt doch gut, das ist ein angenehmer Monatsrückblick gewesen, es war heute wirklich, also ich fand, es hat heute geflutscht, ich glaube, ich habe nicht eine Pause drin, sonst muss ich ab und zu mal schneiden, zwischendrin, und ja, was soll ich noch groß sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch, zur Review von Thor Ragnarok, oder Tag der Entscheidung, wie man es auch nennen mag, und ich kümmere mich jetzt, um die Star Wars Videos, das war's, wir sehen uns, schaut auf Twitter vorbei, schaut auf Letterboxd vorbei, wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, was ich so im Monat schaue, bis bald Leute, und kommentiert fleißig, und liked das Video auch noch, bitte, bitte, macht es, Tschüss!